Nancy, KTV2 News. Wissen wir. Officer Jones? Nancy. Mrs. Buttons. Für gewöhnlich ruft man bei einem vermissten Fall die Polizei an, bevor man die Medien einschaltet. Sie hat's versucht. Ich war... Mhm. Dürfen wir uns mal umsehen? Fällt Ihnen irgendjemand ein, der Ihrem Ehemann was antun wollte? Oh, meine Güte, nein. Ich meine, ich glaube nicht. Carl war so ein lieber Mann. Wieso sollte ihn jemand entführen? Das ist ein Foto von mir und Carl. Falls Sie es brauchen für die ganzen Pressekonferenzen und so weiter. Okay, danke. Hey. Du machst das toll. Danke. Ja. Du bist... traurig. Ja. Ja, sehr traurig. Das bist du doch. Dir ist zum Weinen. Ja. Okay, okay. Wir kriegen das hin. Okay. Okay, Kamera. Wir drehen. Wir drehen. Wir machen das. Eins, 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 zwei, eins, zwei. Zwei, eins. So. Gibt es etwas, das wir den Menschen sagen möchten? Ich weiß, dass du da draußen bist, Carl. Ich weiß, ich werde dich wiedersehen. Das Beste, was ich so kurzfristig beschaffen konnte. Okay. Bitte. Weißt du was? Ich bin heute gutmütig. Ich nehme es. Dann lass dir Carl jetzt gehen. Selbstverständlich. Ja. So läuft das mit Lösegeld. Du weißt doch, was Lösegeld ist, oder? Ja, ich weiß, wie das läuft und was es bedeutet. Danke. Die einfachsten 20 Riesen, die ich je gemacht habe. Vielleicht hast du den Kopf jetzt frei und konzentrierst dich auf die Millionen deines Vaters. Würdest du mir bitte nicht die Stimmung verderben? Heute ist ein guter Tag. Ein richtig guter Tag. Findest du das nicht auch? Nein? Nein! Oh, das ist aber schade. Denn ich habe heute einen richtig guten Tag. Hi. Hallo. Hi. Ich hatte was für Sue Buttons bestellt. 23,50. Oh, verzeihen Sie. Entschuldigen Sie. Das stimmt was nicht. Das E ist nicht fertig. Da sollte stehen Happy Birthday Sue, nicht? Zack. Bar oder Karte. Kommen Sie mal her. Wir wollen Carl finden. Ich auch. Wollen Sie, dass wir Ihnen helfen, Carl zu finden? Was? Ja, gut. Wir helfen Ihnen, Carl zu finden. Fürchten Sie sich? Ja. Ja. Dann sind wir wieder weg. Wo ist Carl? Ich glaube, er wurde entflürgt. Wer würde Carl entführen? Fällt Ihnen irgendjemand ein, der Ihrem Bruder schaden wollte? Nein. Oh Gott. Also bei einer Schießerei. Sehst du auf das, worauf du schießt? Oder schließt du die Augen und hoffst, was zu treffen? Es war ein Wochenende des Grauens. Heute ist ein guter Tag. Findest du das nicht auch? Nein? 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 Vielen Dank.